Im Jahr 1938 wird Hermann Duft in Haarheim bei Frankfurt am Main geboren. Im gleichen Jahr kommt auch Hans-Wilhelm Bassnauer in Darmstadt zur Welt. Nachdem Hermanns Eltern im Jahr 1944 bei einem Luftangriff auf Frankfurt sterben, zieht der sechs Jahre alte Junge zu seinen Großeltern nach Griesheim. Dort lernt er Hans kennen, der direkt nebenan wohnt und mit dem er gemeinsam die Schule besucht. Die beiden werden schnell beste Freunde. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Hermann wird nach der Schule Schlosser und Hans absolviert eine Lehre zum Installateur. Während Hermann Single bleibt und kurzzeitig für die Fremdenlegion in Algerien tätig ist, heiratet Hans und bekommt mit seiner Frau Heidi drei Kinder. Hermann, von dem gesagt wird, dass er ständig, also auch bei schlechtem Wetter, eine Sonnenbrille tragen würde, hat bereits mehrere Überfälle begangen und wird immer wieder straffällig. Bis zum Jahr 1969 hat er bereits insgesamt neun Jahre hinter Gittern verbracht. Schließlich lässt auch Hans sich hinreißen, gemeinsam mit Hermann mehrere Raubüberfälle zu begehen und auch er erhält mehrere Vorstrafen. Im Jahr 1969, als die beiden Freunde 31 Jahre alt sind, machen sie einen Roadtrip nach Griechenland. Hans ist zwar verheiratet und hat drei Kinder, doch er lebt zu der Zeit von seiner Familie getrennt. Es wird gesagt, dass Hermann und Hans auch eine intime Beziehung miteinander führten. Sie treffen am 17. Februar in Griechenland ein. Sie wollen aber nicht nur Urlaub machen und Spaß haben, sondern auch dieses Mal haben sie dem Plan, andere Personen um ihr Geld zu bringen. Nachdem sie zwei Wochen lang das Land bereist haben, begehen sie am 5. März ihre erste Tat. Sie werden an einer Tankstelle in der Nähe von Thebes von dem 22-jährigen Soldaten Konstantinos Kulis um eine Mitfahrmöglichkeit nach Athen gebeten. Sie erschießen den verheirateten jungen Mann. In einem Hinterzimmer der Tankstelle schießen sie dann auf den 30-jährigen Nachtwächter Anastasios Gysinos und stechen anschließend noch mit einem Messer auf ihn ein. Danach verschleppen sie den 35-jährigen Tankwart Nikolaus Canaris in ihrem Wagen. In einer einsamen Gegend zerren sie ihn aus dem Auto und zwingen ihn, sein Geld herzugeben. Er hat jedoch nur 300 Drachmen dabei, weniger als einen Euro. Nikolaus fläht sie an, ihn gehen zu lassen und sagt ihnen, dass er drei kleine Kinder hat. Doch Hans, der selbst drei kleine Kinder hat, und sein Freund Hermann stechen 17 Mal mit einem Messer auf ihn ein und lassen ihn in dem Waldgebiet zurück. Der Nachtwächter Anastasios allerdings hat die Tat mit schweren Verletzungen überlebt und kann bereits die erste Beschreibung der Täter abgeben. Am 13. März, also nur eine Woche später, brechen die beiden in die Villa des 50-jährigen Börsenmaklers Pantelé Athenayo in Wula ein, während er nicht zu Hause ist. Sie verstecken sich und überfallen Pantelé, als er zurückkehrt, und zerren ihn in sein Badezimmer, wo er von Hans mit einem Stock erschlagen wird. Anschließend rauben sie ihm sein Geld. Dies ist der einzige Überfall, bei dem sie eine größere Summe, nämlich mehrere hundert Dollar erbeuten, die Pantelé in seinem Besitz hatte, da er halb Amerikaner ist. Am 7. April lassen Hans und Hermann sich von dem 34-jährigen Taxifahrer Johannes Fragia Dacis von einem Hotel aus nach Kavuri fahren. Nachdem sie ihn erschossen haben, stehlen sie seine Einnahmen. Bereits zwei Tage später, am 9. April, überfallen sie wieder eine Tankstelle, dieses Mal in der Nähe von Athen. Dort bringen sie den 42-jährigen Nachtwächter Johannes zu Zahnes um und stehlen sein Geld. Am 12. April, nur drei Tage nach ihrer letzten Tat, sind sie in ihrem Auto auf dem Weg nach Patras. Unterwegs überholen sie einen BMW, der deutsche Nummernschilder hat. Nachdem sie ihm ein Stück voraus sind, halten sie an und täuschen vor, eine Autopanne zu haben. Der 40-jährige Georgios Papa Georgio, der kurze Zeit später in dem BMW vorbeikommt, hält an, um ihnen zu helfen. Er ist ein Grieche, der eigentlich in Deutschland lebt und dort als Weber arbeitet, aber gerade Urlaub in seinem Heimatland macht. Deswegen hat er ein deutsches Kennzeichen am Wagen. Er ist sehr hilfsbereit und spricht auf Deutsch mit den beiden. Als er sich über die geöffnete Motorhaube von Hans und Hermanns Mercedes beugt, wird er von ihnen erschossen. Anschließend lassen die beiden ihr Opfer an der Straße zurück und fahren beide Fahrzeuge, also ihren eigenen Mercedes und den BMW von Georgios nach Athen. Inzwischen läuft bereits eine Großfahndung nach ihnen. Eine solche brutale Tatserie ist damals in Griechenland noch beispiellos. Raubüberfälle wegen Geld hat es bis dahin dort kaum gegeben. Innerhalb von nur 38 Tagen haben die beiden sechs Personen umgebracht. Zusammengenommen haben sie bei allen Taten weniger als 3000 Euro erbeutet. Doch die Öffentlichkeit erfährt zu der Zeit nicht viel davon. Nachdem die Presse über die ersten Taten berichtet hat, hat die Polizei eine Nachrichtensperre verhängt, die bestehen soll, bis sie die Täter gefasst haben. Dadurch will sie verhindern, dass Hans und Hermann sich über die laufenden Ermittlungen informieren können und somit vorgewarnt werden, wenn sie ihnen auf der Spur ist. Am 16. April, vier Tage nach ihrer letzten Tat, bemerkt die Lehrerin Maria Tamboraki Blutspritzer an einem Mercedes mit einem deutschen Kennzeichen, der ganz in der Nähe ihres Hauses geparkt wurde. Sie informiert die Polizei, die die starke Vermutung hat, dass es sich um das Auto von Hans und Hermann handelt. Sie beginnt, das abgestellte Auto zu observieren und einige Zeit später tauchen die beiden Täter tatsächlich dort auf, und zwar in Georgios BMW. Sie werden sofort zu einem Verhör mitgenommen und noch am gleichen Tag unter dringendem Tatverdacht verhaftet. Hans und Hermann gestehen alle Taten. Auch während ihres Prozesses wiederholen sie ihr Geständnis und beschreiben ihre Taten detailliert. Ihr Motiv sei Raub gewesen, wie bereits zuvor bei ihren zahlreichen Taten, die sie in Deutschland begangen haben, die jedoch keine Todesopfer forderten. Die Familien ihrer Opfer sind alle zum Prozess angereist. Fünf ihrer Opfer waren verheiratet und hatten Kinder. Zwei der Frauen sind zum Zeitpunkt der Tat schwanger. Alle von ihnen konfrontieren die Mörder ihrer Männer vor Gericht und nicht nur sie. Hunderte Menschen sind gekommen und toben am 21. Juli 1969 vor dem Gerichtsgebäude. Während die ganze Welt die Mondlandung und die Rückkehr der Astronauten in die Mondlandefähre verfolgt, liegt das Interesse in Athen bei der Gerichtsverhandlung von Hans und Hermann. Immer wieder brüllt die Menschenmasse, Zitat, Die Behörden haben Mühe, den Mob daran zu hindern, ins Gebäude einzudringen und die Täter dort selbst zu lünchen. Hans und Hermann haben jeweils zwei griechische Pflichtverteidiger, die selbst aufgrund der wütenden Menschenmasse um ihr Leben fürchten müssen. Dennoch versuchen sie, die beiden Täter bestmöglich zu verteidigen und fordern einen Psychiater an, was allerdings zu neuen Aufständen unter den Zuhörern führt. Zwei Gerichtsmediziner befinden Hans und Hermann schließlich für voll schuldfähig, ohne dass ein Psychiater hinzugezogen wird. Warum die beiden allerdings gerade nach Griechenland gekommen sind, um dort so schreckliche Taten zu begehen, bleibt vor Gericht genauso unklar wie die Frage, warum sie überhaupt zu mördern wurden, nachdem sie in Deutschland bereits zahlreiche Raubüberfälle begangen hatten, ohne jemanden umzubringen. Allerdings sind ihre Taten in Griechenland nicht die ersten Überfälle, die sie im Ausland begangen hatten. Sie waren bereits zuvor in Marseille und Neapel und haben auch dort Straftaten begangen, allerdings ebenfalls ohne Todesopfer. Die Frage nach dem Mordmotiv wird vor Gericht auch nicht wirklich behandelt. Möglicherweise deswegen, da Hans und Hermann im Prinzip kein Griechisch sprechen. Ein Dolmetscher ist zwar anwesend, doch er scheint Probleme zu haben, die beiden wirklich über alles aufzuklären, was vor Gericht gesagt wird. Die Angeklagten behaupten, ihre Taten sehr zu bereuen, doch dieser Darstellung wird kein Glauben geschenkt. Auch der Nachtwächter Anastasios Gysinos, der seine Schuss- und Stichverletzungen überlebt hat, sagt vor Gericht aus und beschreibt die Brutalität, mit der die beiden Täter vorgegangen sind. Nach einer Verhandlung von nur zwei Tagen werden die beiden für jeden ihrer sechs Morde zum Tod verurteilt. Die zahlreichen Zuschauer brechen in Jubel aus und klatschen Beifall. Hans kommt in die Haftanstalt auf der Insel Corfu, Hermann in die auf Ägginar. Ein Revisionsersuch und ein Gnadensersuch der deutschen Regierung mit der Bitte, die Strafen in lebenslängliche Haft umzuwandeln, werden abgelehnt. Ein deutscher Journalist fragt Hermann in einem Interview, ob er irgendetwas für ihn tun könne, worauf er antwortet, dass er seinen Turnverein in Haarheim ausrichten solle, dass es ihm leidtäte, dass er dort Mitglied geworden sei. Nur wenige Monate nach dem Urteil, am 15. Dezember 1969, werden beide von einem Erschießungskommando hingerichtet. Hermann weigert sich, sich zuvor die Augen verbinden zu lassen und zeigt keinerlei Emotionen. Hans' Frau sagt, ihr Mann hätte eine gerechte Strafe bekommen, doch sie hat kein Verständnis dafür, dass das Urteil so kurz vor Weihnachten vollstreckt wurde. Die deutsche Polizei nimmt an, dass weitere ungeklärte Raubüberfälle in Deutschland auf das Konto der beiden gehen. Falls ihr weitere Fälle von Serienmördern im Doppelpack kennt, lasst mir gerne einen Kommentar unten. Schreibt mir dort auch alles, was euch zu diesem Fall einfällt. Denkt auch daran, ein Like dazulassen, denn dadurch kann das Video von mehr Leuten gesehen werden. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Dankeschön fürs Anschauen. Bis gleich! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020